Wenn wir nicht gerade am Saufen oder Candy Crush zocken sind, dann spielen wir mein absolutes Lieblingsspiel. Der Robert war's. Dabei nimmt man einfach irgendwas, das hier in Deutschland falsch läuft und schiebt es dem Habeck in die Schuhe. Wie komisch ist es für Sie, sich in solchen Clips zu hören? Naja, es ist schon manchmal kreativ, manchmal aber auch ein bisschen weird. Ich glaube, es gibt auch irgendein Video, da singe ich griechischer Wein. Wer mich kennt, weiß, meine Gesangskünste sind nicht so gut wie dargestellt. Bis zum nächsten Mal.